Hallo und herzlich willkommen zu einem... Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns heute hier gemeinsam zur Feier des Tages versammelt. Also, was feiern wir denn? Trost. Richtig, wir feiern heute, dass ich, Max, ein ganzes Jahr lang YouTube gemacht habe. Nee. Hey, Guys. Gut, dann gehen wir die Sache heute etwas ruhiger und entspannter an. Ein paar Sekunden kommt nicht mehr hin. Zur Feier des Tages werden wir uns heute an diesem schönen Bildschirm angucken, ja, was ich vor YouTube an Videos gemacht habe. Cringe Compilation. Die noch nie veröffentlicht wurden und jetzt leider von uns gesehen werden. Ich habe eine Liste erstellt. Da gibt es ein paar Videos und wir fangen mit den am wenigsten peinlichsten an und gehe dann rüber zu den ganz peinlichen, darunter ein Minecraft Let's Play von mir. Das wird spaßig, glaube ich. So, wir fangen an mit dem Gangsta Rapper. Das ist mein allererstes Video, was ich überhaupt gemacht habe. Das war gemacht mit dem besten Programm. Das kann ich wirklich jedem Amateuren-Einsteiger für YouTuber empfehlen. Windows Movie Maker. Also, ich würde es mir immer wieder kaufen, wenn es kostenpflichtig wäre. So, und auch mit der besten Kamera-Qualität natürlich. Das benutzt doch immer noch, oder? Ja, natürlich. Ja, aber halt die Pro-X-Version hier. Warte, also Gangsta Rapper. Extra large. Nicht erschrecken. Scheiße. Scheiße. Boah, das wird so peinlich. Okay, auf jeden Fall kann es sein, dass hier Copyright Music ist. Deswegen werde ich da gelegentlich was rausschneiden. Macht euch bereit. Boys, let's go. Fürs Kelch. Das ist doch nicht. Ah, ah, okay. Hallo und herzlich willkommen zu Y-Faktor. Und heute werden wir Ihnen folgenden Kandidaten präsentieren. Den Gangsta Rapper. Scheiße. So, wo ist denn unser Kandidat? Alter, das ist nicht so gut. Ah, da ist er ja. Hallo, wie geht's ihm? Ähm, 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 was soll der Scheiß eigentlich? Ähm, Entschuldigung, wie geht's ihm? Ähm, ganz fresh, ne? Ah, das ist ja ganz toll. Sagen Sie, was werden Sie heute aufhören? Ja, also, ähm, eigentlich, was soll die befragen wir? Wir sind von Y-Faktor. So, ja, ähm, ja, also, ich will heute, ähm, Packet Raps? Ich will heute, ähm, 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 äh, und ich will gleich mal was leisten. Also, von Fleisch und Wurm wissen Sie. Aha. Und, ähm, der ist halt geschrieben, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen, ähm, jetzt hier gleich was vorführen. Nein, nein, das Ding, das ist nötig. Nein, nein, ähm, 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 ähm. Fisch aus Fritz, fischt frische Brom. Oh. Och nein, das kann ich nicht verdammt sein. Danke. Der hätte ich mir sonst gesessen. Okay, sehr interessant. Denken Sie, Sie haben ein gutes Feedback bekommen? Ähm, Alter, ja, ja, natürlich denke ich das, man, ey. Was soll die Scheiß fragen? Ja, hau ab, ey. Alles klar. Na, das finden wir sehr interessant. Wir sind online. Hallo, wir sind online. Junge. Was sind diese... Jetzt ist online. Mega. Ja, sabbert einfach. Volle Karte. Oh, shit. Oh, man. Oh, hau, hau, man hat ihn rührt. Wo schauen wir denn raus? Jetzt werden wir live sehen, wie sich unser Gigs und Rapper geht. Bitte, ich bin immer ihr schenkt. So, 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 so schenkt. Macht das Leak. Oh. Junge, also... Also, wenn er nur Boxschlitter hat, dann... Es ist eine 4K-Kamera? Mh, dicke, da muss ich nicht. Du bist schon schade. Dieses Stein, du bist stur. Oh, shit. Digga, das waren wahrscheinlich 60 FPS, oder? Was für ein Loser, ey. Nach der Show. Die Stimme, man. Danke nochmal fürs Zuschauen. Und ich hoffe, Sie schauen beim nächsten Mal wieder ein. Oh, cut. Das war ein bisschen anstrengend, was? Herr Schmidt? Ja? Sie sind gefeuert. Was? Was? Was für ein trauriges Schicksal. Mir kommt nicht drin. Just kidding. Just kidding. Oh. Spaß. Oh Mann, ey. Spaß. Geiles Video. Geiles Video, geiles Video. Ultra leise. Schade, du bist nicht auf YouTube. Schade. Ja, man sieht schon, dass du schon zu der Zeit Qualität bist. Jojo, zum Glück. Qualität, nicht. Die Qualität stand bei dir ganz, ganz weit. Okay, warte, warte, jetzt kurz als Background-Story. Jetzt kommt das ursprüngliche Vorstellungsgespräch für den Zweitkanal. Oh, schmücklauch. Da gibt es nämlich eine Story, ich wollte eigentlich mit Jojo den Kanal machen. Ursprünglich, der hatte auch einen anderen Namen. Und da hatten wir einen Zweitkanal. Und das ist das Vorstellungsgespräch für den Zweitkanal. Jojo hat richtig Bock. Scheiße. Jojo, das sieht doch noch richtig motiviert aus. Okay, gut. Alter, Mann. Oh, scheiße. Hatte ich wieder eine Zartspange? Was wird das? Herzlich willkommen, Leute. Ja, Leute, ihr seid auf unserem Zweitkanal. Der allerletzte. Dreck. Jo, er nimmt mir die Munde aus den Worten. Oh, ja, die ist nass. Ja, wir fokussieren uns hauptsächlich auf unserem Erstkanal. Zu fast jedem Video. Was? Was sind die Blitzwerte? Ich weiß nicht. Das hat sich geblieben. Alter, wir waren übelst unsympathisch. Ja, es kommt so richtig, wie die Größen rausläuft. Nein, nein, nicht so unsympathisch. Aber wir haben übelst versucht, den Humor von... Beziehungsweise wir hatten einfach den Humor von Nego und so. Oh, komm mit. Ähm... Dreck, bist du so kacke. 4.000. Kernmeister. Okay, ähm... 3, 2, 1, 1... Also nur so als Konzept. Eigentlich ist unser Erstkanal nur so Sketches. Und so, ähm... Als der, wo wir Arbeit reinstecken. Da, wo wir Arbeit reinstecken. Und dann kann man nicht auf den Erstkanal passen. Ja, zum Beispiel das hier ist abgutig scheiße, das ist auch nicht witzig. Ist halt echt nicht witzig, dieser Schrank da hinten, der... Digger, und ganz kurz. Ey, Junge, dieser, dieser, dieser... Grüße gehen raus. Das ist auch nicht dieser Kulli. Also da unten links. Und links, Mauer. Da steht auch unterstützt durch, halt dein Mauer. Also, Leute, wegen den Terminen. Wir laden auf unsere... Ey, Zug, wegzuglegen würde da raus, nix. Eigentlich ist es immer nur, aber wir wollen. Also, eigentlich haben wir immer Wock, aber die Zeit ist halt schon. Wir sind halt schon 90 und da hat man im Rentenalter schon viel zu tun. Ja, ja. Ich kann dir also kurz boxen. Wir versuchten so regelmäßig, wie es geht, wie es rauszubekommen. Ey, aber das ist dieser Recall, das ist gut. Ja, eigentlich, ähm... Also, Leute, wir... Ähm... Keepen euch updated. Ich hab so ein Gefühl, ich penne gleich ein. Ihr keept sie wahrscheinlich geupdated. Das Ding ist halt, wir haben richtig krasse Sachen. Nach und fort. Ich bin komisch. Ähm... Joa, komm mit. Ich denkst, ich fände einfach an, so, ne, ich hatte nix von. Wir stehen halt schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Wir versuchen euch natürlich auch, den ganzen Bibi und Dagi Mainstream in die Fresse zu glatschen. Erstmal den DUS gegen die Wolk. Und wenn wir irgendwann, dass wir feiern, kommt hoffentlich unsere eigene Fashion Line raus. Ja, auf jeden Fall. Also, mit Sambi Salami. Genau. Also, das wäre ziemlich cool, muss ich schon sagen. Ey, ohne Witz, was hältst du von der Idee, wenn wir einen Duschschaum rausbringen? Ey, mit Donut-Geschmack. Disgustig. Das Ding ist ein Donut. Oh nein, die Endcard, die Endcard. Also, Junge, Junge, Junge. Hehehehehehehehehehe. Näh. Ich geh weinen, ich geh weinen. Ey, was, was für... Alter, Mann, was haben wir für... Dieser Duschschaum. Aha. Den würdest du ja auch noch. Das ist ganz wichtig. Alter, der ist... Genau, unsere Kinder gehen bei ihm auf den Sack und so, war ich mal. Ist so. Jui, Jui, sagt man jetzt hier so da so. Ich hab einfach keinen Bock hier zu. Ja, ich sag halt echt oder so. Also, ich hatte gar nichts vor. Hahaha. Lass mich auch raus. Okay, warte, warte, warte. Als nächstes, ah, jetzt kommt, I'm lying on the cold, hard ground. Oh nein. In D-Moll, in D-Moll, in D-Moll. In D-Moll. Warte. Das ist eines... Ah, das weiß ich noch genau. Das ist eines der besten Videos, die ich und Jojo jemals produziert haben. Das hat uns unfassbar viel Mühe gekostet, allein für die Location haben wir irgendwie, weiß ich, 20 Euro bezahlt oder so. Und auch, wie lange das Video schon dauert. Ja. Pure Qualität. Die Beleuchtung. 4 Sekunden. 4 Sekunden lange. Nein. Mit dem Elefanten. Ja, habe ich. Okay, gut. Let's go mit dem Interview von Victor. Ja. Alles perfekt? Ja. Gut, perfekt. Nächst mal bis zum Morgen heute. Dann können wir jetzt die Umfrage starten. Nee, eigentlich nicht. Warum denn jetzt? Wir müssen uns kacken. Alles klar. Warte, mach kurz kurz kurz, ich komm gleich. Okay, gut. Perfekt. Ähm, gut. Sie haben sich hier extra beworfen, um eine Rezension zu verfassen? Beworfen? Wegen unserem Kanal. Ehm, was sagen Sie zu unserem Kanal? Ich muss schon echt sagen, dadurch, dass ich gerade eben freiwillig Videomaterial dafür gelast hab. Ja, perfekt. Gegeben hab. Klasse. Ähm, muss ich schon echt sagen, dass wenn du mich unterbrichst, dass ich dir den Namen brech. Und dass der Kanal schon echt leidenschaftlich, schön und pädagogisch wertvollen Inhalt hat. Okay. Das wäre zu der Zeit, wenn du das echt benutzt hast. Ja, perfekt. Und wie, ähm, wie sind Sie dazu gekommen, bei unserem Kanal mitzumachen? Äh, ich bin dazu gekommen. Ja. Ich bin dazu gekommen. Ich glaube, ich bin dazu gekommen. Ähm, okay. Wir müssen einen kurzen Kalt machen. Okay, also, ähm, Sie müssen jetzt irgendwie sagen, dass, ähm, Sie jetzt sehr gute Freunde mit uns sind und, ähm, wir sie auch bezahlen und so. Also, dass hier alles, alles im Reinen, okay? Alles klar. Alles klar. Perfekt. Also, ich, ja, was war noch mal die Frage? Ähm, also die Frage war halt, ähm, ob Sie komplett behindert sind. Ach so. Die Frage war, wie ich denn jetzt in diese Community komme. Äh, also nicht in die Community, in das Kamerateam, ne? Im Kanal Team. Hahaha. Jetzt kommt die Geist. Oder so ähnlich, ja. Ja, also, äh, die, das ist eine tatsächlich sehr interessante Geschichte. Ähm, und zwar, na, im Grunde, im Grunde genommen werde ich einfach nur bezahlt. Ja, hier wird es jetzt auch schon zu intim. Wir müssen hier kurz unterbrechen nach einer kleinen Werbepause. Also, geht's dann weiter. Mhm, okay. Ach so, du findest nicht. Ja, sag's doch einfach. Nö, 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 ich finde dich nicht. Ja, doch, sag's doch einfach. Ähm, hab ich jetzt keine Lust drauf. Äh, ich hab jetzt auch keine Lust drauf. Ja, ich hab jetzt auch keine Lust drauf. Oh, perfekt. Ja, Digga, ich verklag dich. Warum? Ja, du nüsst mich auf, ohne dass ich... Ja, alles klar. Fahrlässige Körperverletzung. Bin höch die Scheuze. Ich hab die Anzeige. Ne? Und jetzt mach mal bitte deine Kamera aus. Okay, gut. Jetzt ist jetzt aus. Ja. Okay. Dieser Knopfdruck war schon echt geil. Jetzt bitte einmal. Drück doch einfach nochmal. Ah, ja, ich kann grad die Taste nicht. Sagen Sie jetzt noch was Nettes über uns, äh, bekommen Sie Ihre Million, okay? Okay. Über was? Über uns. Ihr seid nett. Ihr seid nett. Geil. Ja, das, das Video war eigentlich witzig, aber hatte auch so seine... Ja, am Ende, am Ende dann, Junge. Oh Gott. Okay, warte, was kommt jetzt? Ähm. Ich mein, das ist ja schon so zum Cringen, ne? Schockierende Wahrheit. Was ist grau und tut weh, wenn's auf dich fällt? Ein Elefant. Mhm. Nein. Doch. Nein. Doch. Natürlich. Willst du mir jetzt sagen, dass ein Elefant nicht grau ist? Nein. Es gibt nur Lieder an Elefanten. Herr Schock, was hab ich denn am Ende gesagt? Junge, das ändert einfach. Ey, jetzt mach's, warte. Oh ja, jetzt kann ich euch die Kamera aus. Mach's. Nein. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Ich fliege jetzt mit der Schule, Alter. Warte, jetzt ein hoffnungsloser Fall. Oh nein, 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 nein. Oh nein. Das Basketballvideo, da werde ich Teile rausschneiden müssen wegen der Musik. und Teile auch, ja, sieben Minuten nach dem Scheißen. Okay, egal. Ich bin der Musik. Ich bin der Musik. Oh, ich bin der Musik. Wow, Alter. Aufgenommen mit einer Katastrophe. Also wir werden jetzt, also ich werde, hier werfen. Komm mal her, Roman. Von hier, von diesem Blatt oder von diesem Stich aus. Mit dem Siebener Basketball. Beweis, 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 Beweis. Um, 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 um. Bis dahin rum, damit man sieht, wie weit es entfernt ist. Um, 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 um. Geil. Was? Unklein. Unklein. Ach ja. Gut? Ach so, mein. Tester? Ja. Gut? Scheiße, Scheiße, es ist so ein Shitbullshit. Ne, ja, es geht. Es geht. Hey, musst du nicht da? Hahahaha. Habe es ihm nicht getan. Habe es ihm nicht getan. Alter, was macht dich denn? Geh, ich filme immer noch. Geil. Well. Volle Motivation und Positivität gegen wir an die Sache ran. Vergebens. Boah, das war so ein schlimmer Tag. Ich habe versucht ein Trickshow-Video für Maskenball zu machen. Jawoll, 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 jawoll. Ne, ne, ne. Ist halt schon bitter, ey. Kleine Lebensweisheit, wenn etwas nicht im Leben klappt, dann ist es nicht schlimm. So, die Lebensweisheit war scheiße. Die nächste ist, wenn etwas im Leben nicht klappt, dann versucht es nochmal, okay? Nochmal. Ich habe keinen Bock mehr. Ne. Oh, nee. So, das ist jetzt das erste Mal. Un genug. Erster Anlauf. Mal gucken, ne? Du bist da, ahaha. Erfekt. Wenn ich jetzt nicht treffe, dann raste ich auch. Dann raste ich so vollkommen aus. Jawoll! Oh, super. Ausrasten, Junge. Hallo Staub, mein Hammer! Wenn ich den treffe, dann esse ich ein Wesen. Das ist ein Effekt! Die Zeitlupe! Oh, die Zeitlupe! Das ist ein Affen! Ich hoffe, es wird schwer. Das ist so schwer. Mach mal eine Preview. Du hast gerne an der Tür, oder was? Boah, der hinter der Tür! Der Vita ist gar nicht so. Ja, das war die Passiere. Ja, das war die Passiere. Hoffentlich kriegst du ein Geier, Alter. Der Verkulte wurde damit erhöht. Ja! Ja! Für die Schafistik. Oh, nee! Das kannst du nicht sein! Ja! So, Versuch 3491. Schnitt! Oh, no! Das war ein Easywurf. Oder? 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 Ja! Der Schrei einfach, ey! Das wird ein richtig schwerer Wurf, Alter! Und hier zu treffen, das können nur die Pros. Was? Was ist das gerade? Ja, irgendwann haben wir es gecheckt, dass ich einfach nur kacke bin. Ja! Ja, der andere kommt, die den Ball nicht reinlassen will, aus welchen Gründen auch immer, haben wir uns dazu entschieden, dass wir den kommt mal. Vielleicht ist er ja besser. Ne, schau zu und lernt. Ne, schau zu und lernen. Was ist das nun der Film? Tritt! Intivation, boah! Die 20. Wurf von hier! Ja! Ich nenne diesen Wurf den Jong-Schrott den Longboard und so. Was ist denn noch los? Ich bin komplett am Himmel! Wir müssen wissen, was ist denn? Es ging da! Der normale Zuschauer denkt jetzt wahrscheinlich, wir hätten doch Glück gehabt und den Korb tatsächlich getroffen. Tja, leider war es nicht so. Nein, dann brück mir ab. Aber jetzt kommt der beste Fall. Bis jetzt war alles nur Fake, alles nur Fake. Ja, nachdem wir ja die ganzen Körbe getroffen haben, haben wir uns dazu entschieden, dass wir uns nicht mehr in unserer Schüchternheit vergraben, sondern den Babel raushängen lassen. Jürgen, diese Katze kommt auch perfekt. Der fliegt einfach von der falschen Seite rein, nein. Der Flaschendeckel. Ja, ja, ja. Ja, wahrscheinlich. Hey, das Mercedes Fake. Ja. Einfach mitten in den Bike geworfen. Klar, Digga. Ja, das Fahrrad steht immer ein bisschen dran, ja, guck mal, durchs Fahrrad durch. 100%. Ja, ey, da war mal so. Das geht so, nachdem wir solche Fahrkleinigkeiten gemacht haben. Wir dürfen waren alle echt und easy gar nicht bearbeitet. Ja. Ey, wir können nicht auf den Fahrrad rein. Wir sind halt Profis. Aber das war geil, das Video, vor allem, äh, ich hab das mit Windows Movie Maker gemacht. Bei mir, ne? Ja, und das war einfach, es hat immer, ähm, eine halbe Stunde gedauert, bis das Projekt geladen hat, weil es einfach Windows Movie Maker war. Das ist falsch, jetzt kommen wir zum peinlichsten und das werde ich wirklich, egal, ich will nicht ganz viel labern. Ich wollte mal auch ein Minecraft Let's Player sein. Innovation, Innovation. Ja, Junge, dafür gibt es doch nicht so viel auf mir. Kronk als größtes Vorbild. Qualität. Fanboy of Doom. Also. Oh, nein, 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 nein. Scheiße, 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 scheiße. Das wird so hart. Mit Bandicam, Alter. Aufgenommen mit Bandicam, ja. Oh, shit. Ich war, ich hab keine Ahnung, wie alt ich da war. Keine Ahnung, irgendwie zwölf oder so. Ach, du kacke. Okay, einfach, let's go. Du hast deine Stimme doch sehr beantwortet. Ja, auf jeden Fall stimmt mein Gott nicht. Das ist meine Stimme. Ja, mal gucken, was wir jetzt so alles machen werden. Also, ja Patrick, ich hoffe mal, du hörst mich. Weil bei mir haben die Einstellungen überhaupt nicht geklappt. Guck mal, eine Eintagsfliege. Die krepiert immer. Da stehst du mal einfach nur so rum. Oh, Sam. Da stehst du einfach mal so rum und dann auf einmal... Und dann, ja. Kann man auf was Falsches denken. Okay, also, dann erkunden wir mal eine Höhle. Oh. Ja, genau dieses Geräusch meinte ich. So bestimmen wir eine Eintagsfliege oder auch ein Skorpion. Ein Skorpion? Ja. Wie konnte ich damals klingen? Keine Ahnung. Ja, Jürgen, was das war? Ja. Gut. Was ist das? Eine Schnecke. Schnecki! 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 Nein! Ein Haase, wie süß! Also. Yeah! Wie ein Kinn an ihm. Wie heißt der? Ein Furz. So will ich auch selbst mein Haus dir benennen. Okay, vielleicht auch nicht. Aber, naja. My little pony! Oh! Schnecki! Nein! Nein! Das ist ein Waschbär! Okay, Allah. Die Kamera ist gerade im Akku. Ich hab gerne ein Siegervideo gesehen. Warte, jetzt geht's weiter! Oh! Wie süß! Ja, wer ist das? Ja! Ja, du kleiner! Ja, du kleiner! Oh! Ich glaub, der mag den Hasen oder mich! Nein! Du magst mich, gell? Guck mal, der läuft mir hinterher! Der läuft mir hinterher? Hallo? Oh, die Katze auch! Der liegt vielleicht einem Hasen auf dem Kopf. Oh! Was ist, wenn ich den Hasen jetzt wegmach? Dann töten sie ihn alle! Ja, den laufen alle! Oh, ha! Jetzt töten sie ihn alle! Hey, lasst meinen Hasen in Ruhe! Shhhh! Die haben meinen Hasen getötet! Nein! Nein! Ey, ich glaub's nicht! Ja, er glaub's nicht! Was ist es für ein scheiß Waschbär? Seit wann töten Ha... Herr, vor allem meins Kind denkt! Oh, shit! Oh, mein Gott! Alter! Nein, nein, nein! Warte, 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 warte! Das muss doch noch passieren! Oh, kass! Nee, Alter! Nee, Alter! Oh! Oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! Und dann so... fällt... 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 der so... einfach... Ey, vor allem, ich dachte, der *** sitzt da irgendwo! Und ich... dachte... Ich auch! Warte, wir müssen hier wieder zusammenrutschen, Jungs! Ich dachte, ich kann hier auch was nicht machen! Ey, ich guck mir so Zimmer... So, hä, hat Tim so gekippelt? Ja, ich auch! Da ist gar kein... Hahaha! Junge, ich sag... Oh, shit! Ich hab so... ...auf so lange... ... so... ... fällt der blöde... ... zu mir... ... als er runterfällt... So... Oh, shit! Oh, shit! Ah! Oh, Mann, 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 Mann! Oh, Mann, Mann! Oh, Mann, Mann, Mann! Okay, weiter geht's... ... nach dieser kleinen Werbeunterbrechung... Oh, Schleimball! Ja, jetzt... Guck mal, das ist immer lustig bei Schnecken... ... jetzt sind sie raus... ... und jetzt... ... fupp! ... sind sie weg! Fupp! Ähm... Ja, Wolken! Sehr spannend! Guuuut! Ah, ja, was ich dir auch zeigen wollte, Patrick! Oh, Derpy, das war das Beste! Oh, man! Derpy, guck mal! Was das? Ich bin derpy! Ich bin derpy! Ich bin derpy! Alter, was macht die hier genau? Mann! Flutsch! Ha, 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 ha! Oh, die Wildschweine, die greifen auch an, die sind voll agro! Alter! Alter! Was war das schon wieder? Warum liegen hier überall Sahnen rum? Und warum kann ich keine Kasse adoptieren? Adoptiere nicht! Adoptiere nicht! Naja, egal! Junge! Auf jeden Fall! Was ist das denn? Was ist das denn gleich? Maximus Schlumberg ist so! Naja, egal! Naja! So! Hallo, Miki! Du, du, Miki Skorpion! Keine Maus! Du bist keine Maus! Warum streckst du mir den Po zu? Das ist... Oh! Oh! Er hat Hunger! Hier, ein Schleimball! Darf ich so ein Schleimball? Hier! Schleimball? Guck mal, da ist ein Schleimball! Hallo! Schleimball! Ich komm nicht auf deine Stimme! Ja mach haba haba! Guck! Ham! Wie kann das sein? Guck so! Ham 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 Ja, toll! Er hat seinen Schwanz in meine Decke reingelassen! Sehr schön, Miki! So hab ich dich erzogen! Bravo! Scheiße! Also ja, das war's so fürs Erste! Ich hoffe, es hat dir gefallen! Daumen hoch! Daumen hoch! Und ja, ich schick's dir einfach über Skype! Und... Tschüssi Kowski! Tschüssi Kowski! Junge! Was war das wirklich krass? Let's play man! Was war der Inhalt? Er läuft rum und macht irgendeine Scheiße! Ey! Unglaublich! Und ich dachte, das wäre echt irgendwie gut! So wer würde sich das angucken? Und dann regt man sich selbst auf, dass man so 12-jährige Minecraft-Match-Player sieht! Aua! Ich will das mit dem Oh-Shit nochmal sehen! Weißt du was, was? Ich will das mit dem Oh-Shit nochmal sehen! Ja! Wie da hingelassen ist! Achso! Das hab ich auch immer sehen! Oh-Shit! Hä? Vor allem als Kind dänkt man sich... Oh shit... Das war auch Shit! Ja, okay, gut! Ähm... Das war unsere Ein-Jahres-Feier, wir hoffen es hat euch gefallen! Wir hoffen, ihr seid nicht vor Peinlichkeit verreckt! Ich bin's fast! Ähm... Keine Ahnung, wenns euch gefallen hat, dann zeigt's euren Freunden, wie ich damals angefangen hab! Vielleicht bekommen die dann auch Inspiration, selbst anzufangen, aber bitte nicht mit Minecraft. Nehmt euch ein Beispiel, Adam. Was heißt, wenn es euch gefällt? So oder so, ne? Was? Ja, was heißt, wenn es euch gefällt? Selbst wenn es nicht gefällt, trotzdem. Ja, stimmt. Vielleicht bis zum nächsten Special. Yeah, peace! Peace! Oh, meine, meine. Oh, scheck! Nein, 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 meine, meine, meine. Bis zum nächsten Mal.